Hallo und herzlich willkommen bei Heim und Haus. Sie haben einen RTS Ein-Kanal-Handsender und möchten diese gerne auf einen RTS Mehr-Kanal-Handsender kopieren? Dann zeige ich Ihnen heute, wie das funktioniert. Um den Ein-Kanal-Handsender auf den Mehr-Kanal-Handsender kopieren zu können, müssen Sie als allererstes auf dem Mehr-Kanal-Handsender den richtigen Kanal auswählen, indem Sie hier unten auf die Taste drücken. An unserem Beispiel nehmen wir Kanal Nummer 1. Als nächstes müssen Sie auf Ihrem Ein-Kanal-Handsender auf der Rückseite die Proc-Taste für mehrere Sekunden mit einem stumpfen Gegenstand drücken und die Markise bewegt sich kurz. Nun müssen Sie zeitnah auf dem Mehr-Kanal-Handsender auch die Proc-Taste drücken und der Ein-Kanal-Handsender ist auf dem Mehr-Kanal-Handsender programmiert, sobald sich die Markise erneut bewegt. Das war es ja auch schon. Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen. Bis dahin und tschüss. Das war es ja auch schon. Bis dahin und tschüss. Bis dahin und tschüss. Bis dahin und tschüss.